Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zu diesem Sondervideo. Das war so nicht eingeplant. Wir haben nur gerade kurzerhand im Stream entschieden, also wir haben jetzt gerade den 18.06.21.44, dass ich euch diese Runde DVD hier auf YouTube zeige. Das ist meine erste Runde auf der neuen Map, direkt gegen Nemesis. Es gab Zuschauer, die fanden die Runde sehr amüsant. Ich zeige sie euch einfach. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Nicht mal... Doch. Das ist der Neue. It's the new one. It's Nemesis. Rolfeng, komm nur zu mir und versteck dich bei mir. Äh, die sind hier bei mir in der Nähe. Unten oder... Oh, da. Ich glaub... Ja, bei mir auch. Weiß nicht. Ich glaub unten, aber ich weiß nicht. Ich hab hier noch keine Treppe gesehen. Ja, da. Er rennt halt hier an der Ecke noch rum. Ach, du heilige... Oh, ich hab einen Generator gefunden. Ah, nee, ich bin oben, weil hier ist ein Loch nach unten. Ähm. Was ich sagen wollte, nach Fahrgleich fünf machen, aber erstmal kurz Pause, denk ich. Ja. Bevor wir New Dawn machen. Das Problem ist halt... Weil ich weiß, dass Susi auch schon was anderes vorhat, dann erstmal. Ja. Alter, ist das laut. Ich glaub, das ist, wenn der einen Zombie geschlagen hat. Oder wenn er jemanden kontaminiert hat. Ja, die ankontaminiert ist jetzt bei mir. Okay. Die Map ist cool. Nein, Julia, die Map ist nicht cool. Ich werd mich hier nie im Leben zurechtfinden. Und das Problem ist, die Gänge, die sind so schmal. Ich befürchte, wenn dort ein Zombie steht und du bist schon verletzt und der Killer ist hinter dir, du hast halt keine Chance. Ja. Also du kannst durch die Zombies durch Dead Harden. Aber dann müsste man immer Dead Hard einstecken. Fuck, der hätte mich nicht gesehen. Aber warum hab ich mich nur bewegt? Oh Gott, wo bin ich denn hier? Ich hab gleich die Jen an. Komm nicht zu mir, ich bin oben im Bad. Oh Gott, das ist die Eingangshalle. Oh mein Gott, die sieht ordentlich aus wie bei Rücken. Das ist ja cool. Der ist grad unter mir gewesen. Jen ist jetzt an. Oh, Kack, hör. Oh, Sneaky. Ich seh dich, hallo. Ich bin hier oben auf nem Balkon. Hinter dir. Hä? Oben. Ach, da hinten. Der ist hier irgendwo. Ja. Ich geh mal. Schön mit Ö. Alles wieder weg. Ja, ich hab mit Angst gerade, dass er hochkommt, aber... Ich würd gern mal wissen, wo's hier rausgeht. Es gibt ja auch so'n Außenbereich. Ach, hier. Glaub ich. Ja, hier steht Exit. Cool. Ja, ist dort. Kommt wieder Richtung Eingangshalle. Okay, die Ausgänge sehen schon cool aus. Ah, du kannst oben... Da sind so gelbe Bandels über dem Geländer. Da kannst du drüber springen. Ach, der gelbe Kantenmaler. Oh Gott, wo ist der? Ich hocke hier so mitten... Wie geht's hoch? Hier ist die Bibliothek. Hier wird schon... Alter, wie viel... ...gern aus dem Hauptsaal... ...da war der... ...den Jen raus... ...haben. Alter. Profit hier mal Totems. Holy. Ich bin grad in der Bibliothek. Leck mich am Arsch. Bring mir ein Buch mit. Die sieht halt echt gut aus, die Map. Oh. Oh oh. Ich war gejagt. Aber du bist halt in der Bibliothek echt gefangen. Du kannst da... Hä, aber das ist ja auch voll die Sackgasse hier. Das ist ja voll blöd. Bin halt ne Krimi-Tante, da kann ich mit der Map sehr viel anfangen. Ich glaub an sich, die Map ist schon cool, ja. Aber... Zum Wegrennen... Bin ich böse, wenn ich sage, alles hat ein Ende. Loutinas Orientierungssinn hat zwei... Ne, bei Indoor-Maps passt das. Ich weiß gar nicht, man müsste mal drauf achten, wie das hier ist. Ob die Räume, wo ein Jen drinsteht, ob da auch das Licht flackert. Alter, ich hab die ganze Zeit Herzschlag. Ich bin draußen an dem Ausgang oben, wo der abgestürzte Heli ist. Und machen Jen. Weißt du jetzt, wo ich bin? Absolut. Boah, hier gibt's Heli-Geräusche. Das Haus brennt. Hier gibt's auch einen Keller. Wo? Da? Ah, das ist... Und was ist das eigentlich hier für ein Ekelzeug? Ist das von Nemesis? Also macht der sowas? Oder... Ich glaub, das soll einfach nur... Einfach nur eklig sein? Okay. Wir bilden Heartbeat und ein Zombie-Geräusch. Ja klar, er kommt zu mir. Das find ich immer noch doof, dass... Der Killer sieht ja die Zombies. Und wenn ein Zombie auf ein Maid geht, sieht er das ja auch. Noch ein Jen gefunden. Oh, ich hab den Keller-Keller gefunden. Oh. Hier ist ja schöne Musik. Hi. Kann sein, dass der eventuell gleich kommt. Ich glaub nicht. Ähm. Was wollt' ich sagen? Das weiß ich nicht. Kann ich nicht heilen? Okay, er kommt doch! Tschüss! Vielleicht kannst du dich nicht... Du bist nicht verletzt, Susi. Ach ja. Bin ja nur infiziert. Ich wollt grad sagen, vielleicht kannst du dich nicht heilen, weil du infiziert bist. Das ist ein Zombie. Wo ist der? Um, oder? Guck mal, hier ist auch Wasser. Patsch, patsch, patsch. Holy, dieses Geräusch ist so laut. Ich erschrecke mich jedes Mal zu Tode. Puh, Gott sei Dank ist die Kamera aus. Ich bin grad zusammen. Außen beim abgestürzten Heli. Oh, das ist nicht gut, aber ich grad hin. Der hat mir einfach ins Gesicht gehauen. Der hat mir einfach voll ins Gesicht geboxt. Der hat mir einfach voll ins Gesicht geboxt. Aber ich hab's nicht anders verdient. Ich wollte ihn blenden. Ich bin am Haken. Okay, ich bin hier über am Haken. Am Generator. Hier steht Waffe in den Toiletten. Oh, voll die entspannte Musik hier in dem Raum. Das ist mein Lieblingsraum. Und es sieht aus, als ob an der Schreibmaschine jemand was tippt. Das ist mein Lieblingsraum. Äh, Entschuldigung. Killer kommt. Ja, moin. Alter, die Map ist sowas von... ...verwinkelt. Ich könnte mir vorstellen, dass er Barbecue hat. Na, Zombie. Ah! Wie komm ich denn jetzt hier nochmal hoch zum Generator? Ich erinnere mich an dem Generator, wo du dran warst, wo ich vorbeigerannt bin. Okay. Da, wo die Tiere sind in dem Raum, ne? Ja, ich komm... Ich glaub, ich weiß, wo lang. Übelst Heartbeat. Aber der jagt unten glaub ich die Lui. Nein, er kommt. Er kommt hier lang. Hä? Interessiert ihn nicht. Alles cool. Alter, das ist... Oh, der hat die Kacke mit, dass der... Warum kann ich jetzt hier nicht mehr ran? Vielleicht verpackt. Yo, verpackt. Jetzt komm ich dort nicht mehr ran, weil ja sein Perk mithat. Wo ist denn der jetzt? Ich war mega gut versteckt, oder, Chat? Ah, er hat mich gebrochen! Vollfach! Es war weh! Upsi! Oh mein Gott, wo renne ich hier lang? Warte mal, hier war doch ein Generator. Hier oben. Ist ein Generator. Aber wo sind denn hier Totems? Ich hab noch nicht ein einziges Totem gesehen. Hast du schon mal ein Totem gesehen? Nein. Er ist hier unten in der Haupthalle. Er geht weg vom Haken. Ich muss mich mal kurz heilen. Ich guck mal, ob ich ihn hoch finde. Ich hab mich gebroxt. Das ist mir mit den Zombies hier einfach zu heiß, hier verletzt rum zu rennen. Also, diese Map ist der kleinste Irrgarten. Oh, das ist ja ein interessanter Hinterhof. Den hab ich ja noch gar nicht gesehen. Ich glaub, ich bin gleich am Haken. Halt noch drei Minuten durch. Ich hab hier bei mir. Killer ist hier, aber ich hab Gelina. Irgendjemand hat gesagt, man solche zombies angeht. Oh, hier ist ein Zombie! Ich hab den Zombie nicht gesehen. Das ist mein Todesurteil gewesen. Ich bin... Oh, der Zombie hat mich voll geblockt. Noch ein Zombie! Leute! Let me be! Lass mich... Lass mich gehen! Noch ein Zombie! Ah! Ist der gleiche, ich weiß! Hilfe! Ich wollte eigentlich nach oben, aber hier geht's nur nach unten. Ups! Warum schlägt der nicht? Oh, hi! Danke! Ich bin schon infiziert! Nicht, ähm... Ah, er hat die Paletti kaputt gemacht! Hier in dem Einzelbüro. Dieses Büro ist der Todesfalle! Ja! Klar, ich weiß welches du meinst! Ja, ihr seid gerade an mir vorbeigerandet. Ich glaub, er hat... Ich glaub, er lässt mich... Yes, 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 yes! Ein Totem hab ich gemacht! Gar keine Angst! Ich war voll entspannt die ganze Jagd über. Ich find nur keinen Jam! Oh, das... Wir spiegeln uns sogar! Achso... Wir haben ein Spiegelbild! Raytracing! RGX on! Alter Falter! Kann man hier raus? Nee! Scheiße, 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 scheiße! Wo ist der? Wo bei mir in meinem Minibüro... Er hat ge... Hat ge... Wie hat der gemacht? Ka-tschau! Oh Gott! Die rennt hier vor... Oh Gott, die rennt hier vorbei. Äh, die rennt mit dem grad, glaub ich, Richtung... ...Haupthalle! Hat dich voll... ...getentakel! Die war hier hinten! Oh, hier ist... Ah nee, das ist doch keine Sackgasse! Ja, Ausgang hier ist ne Sackgasse, das ist ja mal mies! Die ist tot! Holy... Shit! Was ich für Luck hab! Dass der einfach nicht nach unten guckt! Ich wette, jetzt glaub ich ihm gleich in die Arme... Oh, Klödi, musst du genau jetzt würgen? Ist das dein Ernst? Er ist gemein! Ich... Was macht denn der? Der trägt nicht! Er geht in deine Richtung, ja! Ich glaub der hat BBQ! Ups! Oh, jetzt geht's im Whatsapp-Familien-Chat! Oh, jetzt geht's im Whatsapp-Familien-Chat! Oh, jetzt geht's im Whatsapp-Familien-Chat! Ich bin mir in eine Sackgasse gerannt! Er guckt alles Fußball! Meine Schwester hat einen Lippenstift, der ist schwarz-rot-gold! Das sieht interessant aus! Wartmann! Hat er dich? Jaaaa! Mama! Der ist genau so froh! Ich bin nicht runtergekommen, aber alles gut! Er hat mich verfehlt! Was tut denn der, Sackgasse? Oh Gott! Ich bin ihm grad voll ins Gesicht gerannt! Vollidiot! Der hatte mich verloren! Run, girl, run! So, ich hab einen Schlag genommen mit Gelina! Was war das für ein ekliges Zombie-Geräusch! Scheiße! Wenn wir jetzt... Wenn hier... Natürlich ist hier ein Zombie! Klar! Hast du zufällig irgendwo eine Luke gesehen? Nee! Ich war auf der Map die Luke! Aber selbst wenn! Ich wüsste nicht, wie ich es dir beschreiben soll! Ich glaub, ich bin hier in einem Gebiet, wo ich noch nie war! Grad! Ach, hier ist die Bibliothek? Oder was ist das hier? Ah! Herzschlag! Ich glaub, man kann den Killer auf der Map schon gut verlieren, ne? Also... Naja... Aber... Er hat hier was kaputt gemacht! Ich hab einen Heilen gerade reingeschissen, er würde zu mir kommen! Er hatte mich fast gesehen und ich glaub, er wurde durch deinen Knall abgelenkt! Er kam grad bei mir hier in den Raum... Und ist in der Tür umgedreht! Ich hab mich gerettet! Jaaa! Ich wüsste gern mal, ob... Ich geh mal... Ich geh mal gucken, ob ich einen Zombie stunnen kann mit der Taschenlampe! Jetzt treff ich die Skillchecks nicht mehr! Egal! Hier ist übrigens ein Generator! Ja! Er hat mich! Aaaah! Zombie? Äh, wo bist du? Ich weiß nicht, ich renne einfach hier irgendwo! Oh Gott, ich bin in diesem Todesraum! Wo ist denn der Zombie jetzt? Hier? Ich wollte doch gern meinen... Zombie blenden! Ich bin im Klo! Da ist Wasser drin! Und jetzt bin ich... Weiß ich nicht, wo ich bin! Ich renne irgendeinen Gang lang und dann... Äh, hallo, Zombie? Hallo! Ich bin schon wieder hier in diesem scheiß Verhörraum! Ich seh' mich gleich, wie der Zombie mich umklatscht! Wuuu! Kapp! Alter, er kommt von der anderen Seite! Hallo! In den Schrank, wenn du einen hast! Yo, du kannst Zombies stunnen! Also mit der Taschenlampe blenden! Und was passiert dann? Dann bleiben sie kurz stehen! Hänge! Okay, ich war zu spät! Er geht doch sofort in deine Richtung! Ich hab keinen Schrank gefunden und ich bin verletzt! Ich versuch' mal runter zu springen! Hat nicht geklappt! Alter! Ich schwöre, ich warte zu dir! Ah! Aber... Ich bin in dem Raum, da steht Welcome, Leon! Das ist so cool! Hier gab's ne Party! Scheiß! Cool! Will ich sterben? Ah, ihr Zombie! Ich komm nicht vorbei! Lass mich sterben! Lass mich sterben, falls du irgendwo durch blöd doofen Zufall die Luke findest! Oh, das war schon ein bisschen aufregend jetzt! Die Luke kann wahrscheinlich nur unten spawnen, oder? Ich weiß es nicht! Aber in der Midwich ist sie auch da oben manchmal, dass sie auf der Treppe manchmal... Ja! So, jetzt runter! Hit! Alter! Da war ich schon! Da hat er mich erwischt! Bin da um den scheiß Tisch gerannt! Ich kann mir halt auch nicht merken, wo ich schon war! Und wo noch nicht? Richtig lost! Killer glaube ich auch! Was ist denn das für ein Raum hier? Da bin ich mit dem grad dreimal drum rum gerannt mit dem... in dem Raum! Total kacke! Chat begrüßt mal Trulla und wünscht dir ganz viel Spaß beim Public Viewing! Ahhhh! So, jetzt muss ich noch zum Ausgang finden! Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig geschrieben! Ah! Ja! Das ist das Resident Evil Chapter! Nicht der Ausgang der Astrodesfalle! Ich weiße wo! Der andere war hier drüben irgendwo! Oben beim Hedia! Ja! Obwohl, wenn er jetzt geht, könntest du vielleicht... Oh Gott, der hat das... Der hat dich gehört! Der hat deinen Husten gehört! Scheiße! Scheibenhonig, Mann! Ich in das Büro, das ist auch eine Falle! Da kommst du... War dort die Luke? Ich glaube dort war die Luke! Scheiße! Ich schaff's eh nicht mehr raus! Aber renn um dein Leben! Der Ausgang hier! Du kannst nicht nach links! Du kannst nicht nach rechts! Du bestaust da einfach! Na eben! Das habe ich nämlich vorhin schon gesehen! Der andere an der Seite, da konntest du wenigstens über die Treppe ausweichen! Ich weiß ob! Das wird eh nichts mehr! Ja, der weiß, dass du es eh nicht mehr schaffen! Oder er denkt sich, ich lasse ihn doch aufmachen! Oh, vielleicht schaffe ich's! Ich schaff's! wo ist hier der ausgang aber stimmt an der das ist ja das ist ja na ja so ein bisschen vor der kante also aber die kante kannst du so ein bisschen als richtlinie nehmen ich bin rausgekommen er hat ich gehen lassen